Ich lerne Deutsch. Nummer 9239 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Essen hier ist fantastisch. Fast so gut wie zu Hause. Löwen sind faszinierende Tiere. Sie werden oft in Geschichten und Filmen dargestellt. Löwen sind faszinierende Tiere. Sie werden oft in Geschichten und Filmen dargestellt. Hat dir die Aussicht vom Leuchtturm gefallen? Wollen wir morgen nochmal hingehen? Hat dir die Aussicht vom Leuchtturm gefallen? Wollen wir morgen nochmal hingehen? Das Formular ist kompliziert. Es muss für jeden Patienten vollständig ausgefüllt werden. Eine interessante Art, seine Freizeit zu verbringen, sind Kochkurse. Eine interessante Art, seine Freizeit zu verbringen, sind Kochkurse. Eine interessante Art, seine Freizeit zu verbringen, sind Kochkurse. Ich leite eine Schreinerei. Wir stellen Möbel und Holzfenster her. Ich leite eine Schreinerei. Wir stellen Möbel und Holzfenster her. Ich leite eine Schreinerei. Ich leite eine Schreinerei. Wir stellen Möbel und Holzfenster her. Die Freunde trinken Bier und essen Chips, während sie sich ein Fußballspiel ansehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich leite eine Schreinerei. Ich leite eine Schreinerei. Ich leite eine Schreinerei. Ich leite einen Durchbruch. Ich leite den Feier ein yourge, die an der Schreinerei geholfen. Vielen Dank.